Hallo und herzlich willkommen heute zum 18.12.2013 zu Badouis Adventskalender und wie ihr sehen könnt, stehe ich noch auf der Bühne, von der ich euch gestern ein bisschen was gezeichnet habe und ich habe meine Jungs von Unerhört dazu gebeten, guck mal mit Rang hier in die Kamera, wir improvisieren für euch einfach mal A Cappella Spiele Nacht Heilige Nacht, dann wird es schon schief gehen, hoffe ich, irgendwie. Und zwar haben wir da den Johann, den Ulli, der möchte ich ausbilden, den Bessler und den Jörg. Ich möchte zweimal ausbilden. Wir haben probiert aber, die Töne, hat er vergessen. Stille, dann eine zweite Stimme dazu machen. Mit so einem Huh-Klang geht's los, okay? Stille Nacht, heilige Nacht, alles steht, einsam wagt. Nur das Traute hochheilige Nacht, nur das Traute hochheilige Nacht. Stille Nacht, heilige Nacht, heilige Nacht. Heilige Nacht, harte lebt und gemacht, durch der Engel Halleluja. Tönt es ab und fern und nah, Christ, der Wetter ist da. Christ, der Wetter ist da. Stille Nacht, heilige Nacht, harte lebt und gemacht, durch der Engel Halleluja. Tönt es ab und fern und nah, Christ, der Wetter ist da. Christ, der Wetter ist da. Dau, 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 Dau. Okay, das war voll kaputt, wir haben auch nicht zweimal die zweite Strophe gesungen und ich hoffe, euch hat das gefallen und wir sehen uns dann morgen zum 19.12. zum nächsten Adventskalender. Ich muss hier jetzt noch ein bisschen proben und gleich noch ein bisschen im Konzert kriegen. Wir sehen uns, macht's gut, bis morgen. Tschau. Tschüss. 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 Gardener. Tatjvallym bekommen. Unbe gramsz afferorz. Nichts.